Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Space Company Simulator Und wir sind dieses, wir haben letztes Mal versagt eine Rakete zu bauen, wo ich überhaupt keinen Plan habe, was ich da falsch gemacht habe Und irgendwie hat er das wieder nicht erforscht Ah ne, wir waren das da am Verforschen, ne? Scheiße Ich habe Verforschung schon ausgewählt Ja, jetzt mal Next Turn, wir haben jetzt ein paar Sachen zum Bauen mal geschickt Ist jetzt schon die Next Turn? Ach, das dauert länger, okay Was schaut hier aus mit dem Depot? Die brauchen alle noch, okay, also das dauert auch dementsprechend länger Jetzt wird uns mal eine Zeit lang das Geld rausfliegen Jetzt müsst ihr auch dann irgendwann Reason Importen Fresh Talent Das ist die Person, die man spezielle Attention zu bezahlen kann Das ist der Winner von der Prestige Company der Universität Technologie Oh, das ist die Edition Constant Technologie We don't need to fill any positions in our camp at this moment Be great attention to our team Let hire this person right now A great new worker Okay, dann schauen wir doch mal, wer das ist Human Resources Employees Wir haben zwei Manager in HR Employees Managers Manager Science Manager Finance P.A.H.R. Manager Production So, und wo habe ich den jetzt angeheuert? Security, da kann ich die an den Firmen wieder aussehen Den könnte ich employen jetzt German Ja, die sind jetzt die Deutschen Das sind aber alles gerade Sachen, die ich nicht brauche Okay, also hier gibt es gar nichts zum gucken, gerade für mich, schade Dann würde ich mal sagen Ah ne, warte mal Jetzt müssten die ersten Raketenteile fertig sein, oder? Also die sind jetzt fertig Ich mag jetzt nicht herausfinden, was zur Hölle ich da falsch mache Assembly Room Seven Turns Was heißt das Project? Achso, ist das schon im Bau, oder was? Ach, das Die machen das schon, oder wie? Oh Dann habe ich jetzt umsonst 3000 Teile gebaut, oder? Rocket Program Das bringt mir jetzt was? Außer, dass ich richtig geil hinzoomen kann, hä? So Also habe ich jetzt umsonst die ganzen Teile hier zum Beispiel gebaut Sell, wie kann ich die jetzt sellen? Ich verkaufe mal die ganz, ganz kleine New Items in Free Turns Ach, da kommen immer neue Teile mal rein Die andere Firmen produziert haben, wahrscheinlich und verkaufen wollen Und was ist jetzt mit den Teilen hier passiert? Also ich weiß auch nicht, was ich jetzt genau gerade aussehen gemacht habe Kann ich eigentlich schon wieder was? Ja, ja, bla 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 Ähm, das ist HR Points Human Resources, also das ist HR Perks Bauen wir nochmal das hier Die Forschung ist immer noch am forschen, wie es scheint Ja Nächste Runde aber fertig Äh, baumäßig Konferenzzenter kann ich bauen Das Satellitenprogramm und den Astronautenkomplex Ich würde mal sagen, wir gehen Vor allem mit Satelliten Du bist gleich jetzt im Bau-Modus Genau Astronautenkomplex brauchen wir noch nicht Konferenzzenter Auch mal bauen Ich baue jetzt einfach mal Das kann doch nicht so falsch sein, alles zu bauen Oder was jetzt geht Wir sollen ja so schnell wie möglich groß werden, oder? Ist doch jetzt eigentlich der Sinn von dem Spiel, oder? So schnell wie möglich, so groß wie möglich Wenn wir sagen, next turn Research Compute, Building Complete Bedeutet, ich kann jetzt dich erforschen Dann gehen wir in Assembly Und dann unter Assembly Room Five Turns Ja, was macht denn das? Oder sind das die Teile Also irgendwas verstehe ich noch nicht so ganz an den Sachen hier Irgendwas will der in den Five Turns zu machen Contracts Habe ich noch irgendwas, was ich machen kann Die wollen alle halt dieses Medium Launchpad Das kann ich noch nicht bauen Wir können aber wieder unsere Manager einsetzen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Scheint ja ganz gut zu laufen, oder? Turtle Mount Generated Research haben wir schon das nächste drin Da können wir noch nichts machen Ich weiß jetzt auch nicht, was wir die nächsten paar Zeit machen Reach Girl Complete mal zwei Achso, die haben jetzt das erforscht Jetzt sind hier immer neue Teile auch verfügbar, ne? Und rein theoretisch kann ich hier im Depot Hä? Jetzt sind die da wieder drin? Wie kann ich dich denn zum Schreibspiel jetzt hier Unlock 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 The sale of components Unlock the sale of components Aber stopp, ich wollte doch gucken, was ich jetzt bauen kann Was denn das? Ein EVA Suit Also für die Not-Suit-Suit Basic Suit Used inside Spacecraft Wichtige Sache Antenna generates an extremely strong radios It allows better communication with the base Oh Standard radiation protection equipment for astronauts Ja, soweit sind wir noch nicht Da sind die Small Multitool Ein Toolkit Das nennt sich alles, was du brauchst, um ein rocket zu gut arbeiten oder während der Flugzeit zu halten Hm, interessant Das ist natürlich Aber hat sich nicht hier auch schon wieder was erneuert Gibt's hier irgendwas Interessantes? Hm Nee, aber jetzt nicht unbedingt wirklich Wir können ja nicht mal wirklich was machen Das ist ja irgendwie gerade So eine Wartephase Building Complete Warten wir mal, Building Complete? Rocket Program Work on Rocket Program Has complete Technological Progress Jawohl Fresh Talent Ja, das haben wir schon alles gemacht Das ist ja alles wurscht Das müsste doch eigentlich Wann ist denn dieser komische Start von dieser blöden Rakete? Ach, wird die noch ge... Hä? Tun wir die Charity nicht bauen? So eine ganz blöde Frage Warum startet dieses komische Teil nicht? Jetzt bin ich aber gerade verwirrt Wart mal Place for launch Use... Use... Unmanned Mission The most optional flight configurations The most optional flight configurations Ja, ich habe euch doch die Erlaubnis gegeben Da drauf zu starten Hä? Bin ich jetzt komplett doof? Wie schaut es mit unserem Progress hier aus? In Brokers bei 62%? In Brokers bei 62% Das scheint hier dann zu sein wahrscheinlich, ne? Test Center Okay, next turn Received Reduced taxes Yay, wieder Reduced taxes For the next four years Geil Was ich jetzt gerade nicht so ganz verstehe Was... Warum kann ich die Rakete jetzt zum Beispiel nicht starten? Heute ist der 29.4. Und ich wette, das ist schon wieder ein anderer Jetzt ist der 17.5 Ich kann das Teil nicht planen Ich verstehe das nicht wieso Wo kann ich denn eigentlich das Medium teils bauen? Unlock Testing Center Da unten bedeutet Ich brauche 10.000 15.000 Points in dem Fall Wenn ich jetzt mal richtig bescheuert bin Hier unter Production Dass da noch einfach eiskalt eine Null hinzufüge Machen wir 1.4 Frohe Wenn ich noch eine Null hinzufüge Also wenn ich den jetzt 4 Millionen gebe Geht nicht mehr, oder? Wie viel geht denn? Geht 9 Millionen? Ein 900.000? 900k geht Dann würden wir 3k machen Bei 300.000? 1.000 Wir haben halt eine halbe Million Ausgaben Das kann ich jetzt auch wiederum nicht verantworten Ah scheiße Ich weiß halt in echt nichts was wir jetzt gerade machen Research Complete Okay Wieder ein Teil fertiggestellt Small Rocket Level 2 Starten wir erstmal das hier Ein Satellit wäre gar nicht doof Schon wieder ein Important Ich bin bald pleite Wenn es so weiter geht Opportunity We have heard a chance of acquiring very valuable information Weißt du was? Wir gehen jetzt einfach mal in Marketing war das jetzt glaube ich Ne das war unter Finanzen Security Office Construction Building Development Für 11.000 Space Program Constructing Space Program Rockets Ach können wir jetzt hier zum Beispiel Working on it Ah jetzt tue ich die sozusagen sabotieren What the fuck? Das ist halt Sabotage Was ist das denn? Null Turns Confirm Bau den Scheiß Okay warte mal Ich geh jetzt ins Depot Kauf diese langen Mit Scheiße Ich will jetzt herausfinden Was ich da falsch mache Bitteschön Ist jetzt noch ein Komm noch ein Donkey Jetzt habe ich drei von den Donkeys Sind es die Teile Die sie für den Assembly brauchen Mein Herr Confirm Oder müssen die Teile Ne aber die waren ja Davor auch nicht da Was Weißt du ich check halt Time Left Ja Was soll ich denn machen? Mission Overview Schön ich check nicht was ihr von mir wollt Weißt du ich kann jetzt easy Hier hingehen Sagen Rocket Oder kann ich auch nicht No Dann kann ich das jetzt hier machen Kann hier hingehen Kann hier auf Confirm gehen Und kann mir auch meine Rakete Irgendwie zusammen Tänker 3.000 Teile 3.000 Teile jetzt in meinem Lager Und ich weiß nicht was ich mit den ganzen Teilen anfangen soll Ich gebe Geld ohne Ende Also weiß nicht was ich tue Kann ich jetzt das Neues nämlich vor 5000 Zimmer forschen von den Perks Ne? Von Production Hehehehe Überforderung Quicks mess erforschen Können wir bei Human Resources noch ein Perk reinschmeißen Können wir nicht Administration Finance Perks Geht da ja was Ja da geht auch noch was Ach Gottes Willen Ich habe absolut keinen Plan was ich falsch mache Ist ja das Traurige eigentlich dabei Mission Control Also da wird das Test Room Müssen die Teile etwa getestet sein Um die überhaupt verbauen zu dürfen Oder wie Also ich habe hier mittlerweile 3.000 Teile Also ich halt Kacke Jetzt ohne Scheiß Kacke finde Hier steht Last Doctor 0 Turns Construction Times sind 13 Turns Klicke auf Confirm Hier steht 0 Turns Hier stehen 3.000 Teile Wo ich halt keinen Plan habe Was wollen die von mir Jetzt gerade Ich würde jetzt einfach mal Next Turn machen Irgendwas muss hier passieren Ähm Leute mein Bildschirm ist schwarz Hab ich das Spiel kaputt gemacht? Ähm Ich würde mal sagen Jetzt ist das passende Ende Ich habe absolut keinen Plan was ich gemacht habe Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder Also bis dann Ciao Wow Everything changes Bis zum nächsten Mal means Ich will